Peggy 16 Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Adamit Team hier mit mir und zwar sind wir hier im Turnier im Daily Invitational und wollen jetzt das für den Hünder spielen und meine Ubi-Kollegen sind auch da, sag mal alle Hallo, Henrik sag Hallo, Hallo Hallo Wie wüsst du das? Und jetzt mal Hallo, Olli Hallo Kili Hallo Hey, wo du mich nicht hören? Das muss er nachher auspielen Nö, scheiß ich drauf Habt ihr gehört? Piep, scheiß ja drauf Piep Piep Oh Gott Scheiße Ah, nein Hey, ich hab's Hallo, Messer, Messer Hallo, Messer, es ist Copyright, die Affen Achso 82, mhm, doch, passt Oh, oh Hm He, he Oh He, he Ja, sauber Geil 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 Oh, Jake, ich möchte wieder ein Gegner bekommen Oh, ich hab nie kein Gegner oder ein Opfer Gegner Typisch ja miss, oh, der hat einen übertriebenen Das muss ein faul sein, ich wollte gerade sagen Also gegen D3 FC Der hat im Sturm, wie bei den Nürnberg, wie heißt er nochmal hier Sag mal schnell Wenn ihr mal hier Ah, 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 ah Ne, das meine ich nicht Und dann noch ein paar, aber ich hab irgendwie nicht mehr draufgeachtet, Digga um nicht mehr durch ist ein Gewinn, wenn man sich für sich selber Ja, ohne Scheiß, von diesem Weg Nehmann, die Spielzug Oder gegen was im Team so Nicht so gut, nicht so gut, oder noch mittelmäßig Nein, eigentlich nicht Ich hab' ich jetzt tatsächlich nicht so drauf geachtet Oh Gott Ich hab' es nicht mehr Ja, los, 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 komm, wir liefern uns im Battle, im Battlefield Ja Wenn ich enden will, ObiGaming minus Henni Kann man mit mir Battlefield spielen Und wenn, äh, wer mit, äh, mit Olli gerne mal Battlefield spielen will Äh, mein Black Ops, der edit bitte ObiGaming Olli in Steam Hab ich schon gemacht Ja? Ich hab' euch beide Nein! Hör mal auf mit euren Namen Das verwirrt mich vor allem Jeanne heißt Keiner Namen Jeanne 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 Hey, 61 Ja, mal auf! Wenn du das sieht, dann gibt dir die Ärgerfreundschaft Nein, grüß ihn mal Grüß ihn doch mal, grüß ihn doch mal Hallo! Oh! Jetzt noch was Ist mir das doch Gregor oder was? Ja Nein Oh, 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 nein Er ist Gisela Krank anke Oh Gott, krank anke Oh Gott, krank anke Auf! nicht man macht sich hier noch ein Kopfball in der Tat die Städte die Säge sind mit auch oder Tauert geht noch mehr und das ist immer nein der nicht der wirklich nicht um die Linie der Film all die Fresse die mit dem und die Gäste immer täglich tun die Schüttel er hat da kann Bordner in Deutschland sind die Minderung erheblich erst recht erneuert 3 aber die Nummer zwei Hälfte passen mit seinem Spektraut Stemmer vor ich zielt in der Aufnahme Messi oder Messi hoffentlich ist es nicht mehr hey geht es nicht mehr Aduris Aduris was war du oh mein Gott ich bin wie so eine gelegte Katze ja und meine Katze hat einen Schwang auch keine ich hatte einen Traum nie war der Vater Vater ich hatte einen Traum da hängt ein Türke an einem Baum und er hieß Jan ich fick aber mit der ich nix an ich bin nicht bei OBI woherst du dann? ich bin gekommen bei Zauepäck und dann kommt auch so ein Live-Ticker, halt die Frisse in der sicherlich kann es nicht ich bin wo er macht der Fahrrad sie hier hey Thomas um auf dem Weg zu machen Sportbundel nach dem Spiegel da Spongebung Moller und Toren und ich will 6 0 Helium und ich es ist 2 das Volk der Fünste die Kriege das ist ja der Part mit ihm wenn die Wüste sich auch in die schon längst unterbrochen hat man kommt ich wollte aufnahme der Trauer was genau ist wohl noch offen und Gott in der Macht um die Sekt ein Tor meiner ich glaube meine eigene Fläche das erledigt er die Spiele was soll die los sehen ja und wie ich bin kommentar und hier und heute spielen Neymar gezogen Neymar gezogen für die Nähe er hat dann auch zu mehr gering die Klinik die Wiesel und Erz also zu den Lohrn und 200 K oder so die viele mehr eigentlich schon sie bekommen bei Let's Play ist mit Neymar und sein auch noch und ein Wunder als mir würde die Welt welche Formation und 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 ich kriege noch mal gar nichts hin in den ersten nimm ein gewöhnliches ein junger freundlich dass sie so gezogen sein die fiesse jetzt echt wert und ich kann nichts anderes machen kann ja das ist sie jetzt machen dann wie wird der Wert die Bühne von 100.000 von 4 3 3 nein bei gar nicht was ist das schon wieder so mit dem Tor Ne, ich vergleiche ihn auch noch Oh oh Ja Oh Gott, so ne Gülle aufnahmen, was ist das? Ja, ist egal Gülle ist schon lange, weil Olli hier drin ist Ja, das ist klar, aber Ja, ne, mein Junge, Alter Wie krass ist das denn, Neymar eigentlich? Oh mein Gott, ich krieg ja immer nix Sinn Scheiß Momentum, Alter, oh Gott Wer hat mir das 2-2 gemacht, ey Jetzt wie das 3-2-Aus Ja, ja, ich hab auch Mann, Torben Ja, ja, danke, aber das 3-2 für mich, Schiedsrichter nenn ich für den Gegner Hallo, fast Abschiedsrichter 5,5,5,5,5,5 Wenn ich mich mitgezählt habe, oder, ne? Ja, 5,5 Gucken, Position Die Linke sind gerne ein Team, es ist Weil der nehmert Rf oder Lf Vorzug der Aufschlung 4-3-3 Der Junge, ich schreibe ich, wenn der Paar 100k wert ist, ne? Der ist Paar 100k wert Er ist richtig viele Kauswerten Offiziell Nein, ich schreibe dir dann schon mal eine Nachricht mit einer Neu-Karte, ne? Die Fresse! 400.000! Hab ich doch gesagt, du wärst du dir ein Stück Scheiße! Wie wird der Wert? Ja, also hier steht er für 400.000, aber hier auch für 300.000 Oh! Penner! Immer trägt der so eine... Gibt er sein Passwort bei einer Seite an, dann wird er gehackt und... 300.000! 300.000! Ach, du hast keine Stimme mehr, du bist aufgeschritten oder auf die Eier, oder was? Die! Gute Aufnahme, leider. Das wird nicht so spielen. Ja, ich... Auch welche Oralität die Grad fünf einzusetzen. Schön, es lief! Wie dem Apfel, wie der Scheiß und so sind. Hör auf! Und sagt ihm, seine Scheiß wahrscheinlich... War mal ganz ehrlich... Schon wieder, was geht? Ey, ohne aus dem Dreimal, oder was? ich bin es ist ja gut er hat mich dann nicht erfordert wie ich werde ich das andere wissen wie ich das nicht das sind wir uns nicht deswegen die öffnen 2 jetzt ist es doch mal aufhören mit dem Berner er hat die Gefühle Junge die Verhalten der Niederlösung ist die Wahrheit gesehen ich muss sie selber sein Neymar und Telling mal drauf mit 200.000 für 300.000 okay ich weiß ja nicht ist er sein schon für macht es doch noch vorgleichen muss immer fragen was ich mein damit sind nicht so aus jetzt ich verstehe euch kaum was die Haltkirche und Guggenau von mir gehen weil er noch mal ein bisschen ich weiß nicht ob das wie er das jetzt an werden was erzählt ich weiß aber nicht ob das noch so ist oder das doch nicht und ich möchte es nicht Henrik von das darf ich sagen ab ab Jungs ich komme noch wieder an und könnte ich so glücklich bin ich er hat er hat sind dringend und so noch auf Schakirchen Adler Neymar doch gesagt ist viel wird ja wie schade guck auf der torsdung ach scheiße das gibt's nicht wenn doch mein gott ecke wie steht es eigentlich auf drei oder so ne und zwar erst so eine kacke von anschauen dass man schaffen ich bin ich raus aus dem tonil aus aus mehr als ganz ruhig was hat das Wort richtig der Leer was ist das für eine Scheiße ich will noch wissen aber jetzt kommen BAM 5 3 sauber 20 Minuten noch es hat mir noch nao wo sogar ein Tor macht hierher kommen mich verarscht wie leckte er jetzt sind wir noch keine Faxen ich kann mir wieder nein ich habe er es zu tun was mache ich da Oh, Glück gehabt, ey. Jungs, haut rein jetzt. Oh Gott, was mache ich denn? Ich bin so... Süß. Nein. Doch. Jetzt mach ich euch, Jungs. Okay, ich geh schon mal ein bisschen auf Offensiv jetzt. Okay, das wird richtig dämlich. Wer ist denn da jetzt ausgetan? Der Olli, ne? Ich tanke den dauernd aus, heute. Oh, so fucking... Oh nein. Weil die... Alli ist ganz in Leitung abgekackt oder so. So eine neue schöne Leitung. Aber doch, Leute. Ja. Oh mein Gott, das ist ja wohl faul, was kann ich sagen? Alter. Oh, Jungs. Komm schon. Ach, scheiße. Jetzt aber! Ja, Mann! Scheiße, wir haben noch vier Minuten. Wir haben noch vier Minuten und ein Tor noch. Dann komm ich in die Verlängerung. Es wird ja noch mal spannend hier, ne? Was hätte doch früher fallen können. Gut und gerne. Die... Man muss jetzt voll liefen... Oh, das ist so ein Penner. Und so ein Schisser von denen. Was geht mit einer Leitung? Leiden wir einen Tor gemacht und ich brauche nur noch eins. Da habe ich dir aufgeholt. Ne, mach. Scheiße, scheiße, fuck, fuck, fuck. Oh, Gott, doch, Esswein, ey. Äh, nee, komm, hey, ey. Na, auf den Hund zu vergewaltigen. Ey, ich rede, können wir nicht. Ich habe nur gerade rumgeschreien. Ach so. Den nennen wir noch Volker Bicko. Der geht... Oh, Gott, was, ey! Was, ey! Unglaublich, ey! Ich dachte, das kriegt man Elbe oder so. Und ich habe immer Pop... Oh, Gott! Nein, Mann! So eine Scheiße! Und lächerlich! So ein Dreck der Penner. Okay, ich habe hier, wie ihr seht, richtig lächerlich verloren. Und bin ausgeschieden. Und zwar aber trotzdem Lust auf dem Dank an die Hurensünne hier. Also, nein, 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 nein. Ich habe mich nicht. Nein, 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 nein. Halt die Fassel! Okay, äh, wie ihr seht, ja. Okay, also, wir sind voll liebte Dreckigen-Penner-Wiexel hier. Und ob wieder... Mann, hat die Fresse. Henrik meint immer erst cool, ne? Und der Oli auch. Ich bin auch cool. Ja, ich bin auch cool. Ich auch. Ich auch. Du bist ja klar, ne? Oli war der größten Penis. Was? Sag das ausgeregt, Henrik angeblich, ne? Genau, Oli, komm, halt. Danke fürs dabei sein, die Dreckigen-Penner. Und danke auch an euch. Und bis zum nächsten Mal, Rhein. Tschüss. Bis zum Huren. Tschüss. Tschüss, du Huren. Peace. Hat rein. Tschüss. Wunder, 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 Wunder. All dann, peace. Tschüss. 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 Tschüss.